Hallo, Ralf Tötetek hier. Ja, heute ein bisschen was Ernsteres, ne? Ein Video aus aktuellem Anlass. Und zwar, ähm, habe ich vor drei Wochen ein Video gemacht, was ich so für 2019 geplant habe. Also ich wollte dann halt, äh, meinen Kanal ein bisschen mit verschiedenen Themen erweitern, ne? Also zum Thema Filmen oder Comics, ne? Wo ich mich auch für interessiere, ne? Und, äh, da habe ich aber noch nichts von dem Artikel 13 gehört, des, äh, Urheberrechtsschutzgesetzes, oder wie sich das, glaube ich, nennt. Und da habe ich halt verschiedene YouTube-Videos gesehen, ne? Wo darüber informiert wird über den Artikel. Und ich habe auch selber was recherchiert, das wollte ich einfach vorlesen. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments haben im Juni Artikel 13, den Upload-Filter, und Artikel 11, das Leistungsschutzrecht, beschlossen. Jede Art von Content, der ein Urheberrecht beinhalten kann, dürfte so nicht immer hochgeladen werden. Ja, äh, das betrifft mich ja massiv, ne? Weil ja auf meinem Kanal überwiegend, ähm, äh, Videos von Konzerten und Festivals zu finden sind, ne? Und das, das fällt ja auch unter dieses Urheberrechtsschutzgesetzes. Und ich weiß nicht, äh, zu den Videos, die ich jetzt habe, die ich jetzt halt, äh, noch vorhabe zu machen, was da noch heiß runterfällt. Aber, ähm, ich werde halt in den nächsten Wochen noch ein paar Videos machen, ne? Und ich nehme mal ein, dass mein Kanal auch davon betroffen wird, wenn dieser Artikel 13 vom EU-Parlament durchgesetzt wird. Und, ähm, ja, ich, äh, lasse das mal halt so auf mich zukommen, ne? Aber, aber ich gehe mal davon aus, dass mein Kanal auch gelöscht wird, weil überwiegend die kleineren Kanäle davon betroffen sein werden. Und, äh, ich habe ja noch nicht so viele Abonnenten. Ja gut, das war's fürs Erste von mir. Ich will sagen, bis zum nächsten Mal.